Nikolaus naht und ich sehe da schon wieder ganz was Besonderes bei Ihnen. Was ist denn das Schönes? Von wo kommt denn das her? Aus Südtirol. Das sind Halsgeschmütze von Südtirol, kommen direkt aus St. Dulrich. Und das ist halt auch eine wunderbare Geschichte da mit den drei goldenen Kugeln. Der richtige Nikolaus. Und wo kommt der jetzt hin? Der kommt jetzt in den Auslöck, in den Nikolaus-Auslöck kommt der jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020